Ich glaub nicht, dass da Benzin drin ist. Das Auto, den ganzen Stoff, ist alles weg. Ich werde nur dafür bezahlen, Leute umzulegen, aber nicht mir die Rüste von anzuhören. Sehpersonen, Knarren, Drogen? Was pisst du, Mafioso oder was? Ich hab euch mein Geschäft vorzuschlagen. Ich werde euch wieder töten und noch den Gangster nachlassen. Wir suchen uns einen Kunden dafür und unterteilen wir das Geld in sehr 50-50. Ich werde es mir in dem Wagen wieder geschafft und zwar bis morgen, sonst weiß ich euch persönlich, ein Stück ist das klar. Das passiert, wenn man sich mit mir anlegt, Mann.